Eigentlich dadurch, dass mit diesem Vogelinteresse kam als Junge auch irgendeinen typischen Konkurrenzdenken bei Jungen. Und das war irgendwie, man müsste so viele verschiedene Vögel wie möglich innerhalb von den Grenzen von Dänemark sehen. Habe ich dann versucht, ganz viele Jahre. Und da guckt man sich dann Vögel an, die zum Beispiel von der Mongolei falsch geflogen sind oder von Tschukai falsch geflogen sind. Und man wundert sich schon, was ist da im Kopf passiert, dass die in Dänemark auftaucht. Und das muss ja an den Navigationsmechanismen liegen. Und dann habe ich so ein bisschen angefangen, das Literatur darüber zu lesen. Und es war mir schnell klar, dass da versteht man sehr wenig. Und vor allem war es klar, dass es nur dazu Verhaltensversuche gab. Das gab also fast keine Wissen von Gehirn. Und da habe ich gedacht, da gibt es eine große Chance, etwas Wichtiges rauszufinden, das sich aus Bann findet. Und dann habe ich gedacht, gut, das gucke ich mir nach. Das Erste, was wir da machen müsste, ist, wir müssten Molekularbiologie nutzen, nämlich ein bestimmtes Protein, der in aktiven Nervenzellen exprimiert wird. Und das haben wir in Kombination mit Verhaltensversuchen dazu genutzt, die Bereiche ins Gehirn zu finden, die am aktivsten ist, wenn so ein Vogel sich magnetisch orientieren. Wenn man Grundforschung betreibt, der auch wirklich neu ist, dann kommt oft Sachen raus, die man überhaupt nicht daran gedacht hat. Und oft ist es dann so, wenn man ein bisschen weiterdenkt, dann wird es plötzlich klar, dass die Vögel plötzlich auch für Quantencomputer oder für viele andere Sachen plötzlich etwas liefern könnte, was man vorher überhaupt nicht daran gedacht hatte. Das magnetische Kompass sitzt im Auge, ist lichtabhängig und wird wahrscheinlich von einem Molekül, der Kryptochrom heißt, wahrgenommen. Und im Moment weiß, kann man aber nicht beweisen, dass es diesen Kryptochrom ist. Das wollen wir zum Beispiel versuchen zu beweisen, weil das ist wichtig. Besonders, weil wenn es Kryptochrom ist, dann macht die Vögel im Auge das, was ein Quantencomputer in der Zukunft machen können sollen. Nämlich Elektronenspins zu kontrollieren. Und wenn man einen Quantencomputer baut, kann man das vielleicht in flüssiges Helium, bei minus 200 irgendwas Grad. Aber die Vögel machen diesen Kompassmechanismus bei plus 40 Grad. Und es scheint so, dass der Mechanismus Elektronenspin-Kontroll basiert ist. Genauso wie man in diesem Quantencomputer menschlich gemachte Dinge machen will. Aber das kann im Moment niemanden. Aber die Vögel scheint das zu können. Und deswegen ist es eben wichtig herauszufinden, wie genau dieser molekulare Mechanismus im Vogelauge funktioniert. Und da arbeiten wir jetzt zusammen mit Chemikern und Physikern aus Oxford, weil da die beste Gruppe der Welt gibt, die an magnetischen Effekten, an chemischen Reaktionen arbeiten. Was ist für mich für die Universität der Uni? Der Uni hat eine der weltbesten Werkstätten. Ich habe nie so eine Werkstatt sonst gesehen. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich alle aus nicht-magnetischen Materialien haben müssen. Und das kann ich nicht kaufen. Das bedeutet, das muss ich gemacht. Also Sonderanfertigungen immer haben. Und an die anderen Universitäten, wo ich bisher war, ist es komplett unvergleichbar. Also hier hat man echt gut ausgebildete Leute. Das ist extrem wichtig. Und es gibt auch einen sehr collaborative spirit hier in der Uni Oldenburg. Also Zusammenarbeiten sind sehr einfach. Die Kollegen möchten das. Und der Weg zum Entscheidungsträger, zum Präsidenten oder zum Vizepräsidenten und so weiter. Die Wege sind sehr kurz. Und wenn man irgendwas zu besprechen hat, dann ruft man an. Und dann kriegt man auch innerhalb von einem vernünftigen Zeitraum einen Termin. Und dann wird offen darüber gesprochen. Und dann ruft man an.